Hallo, wir sind Banni und wir wollen euch das geilste Party-Band werfen. So, einmal. Hallo, wir sind Banni und wir wollen euch das geilste Party-Band werfen. So, ich bin die Tanja und das ist der Aktiv. Eins, zwei, drei. Ich bin die Tanja und das ist der. Ich bin die Tanja und das ist der. Andi. Vorsicht. Ich bin die Tanja und das ist der Andi, Niklas, Markus und der Reibe. Ich bin die Tanja und ich bin die Tanja und ich bin die Tanja und ich bin die! Shake it all, baby Shake it all, baby Twist and shout Come on, work, work, baby Come on, baby Come on, work it around Work it around Well, work it around Work it around You know you look so good You know you got me going now Just like I knew you were Well, shake it all, baby Shake it all, baby Twist and shout Twist and shout Come on, work, work, baby Come on, baby Come on, work it around Work it around You know you twist and tear You know you twist and fight You know you twist and fight Come on, work it's a little closer Just like I know that you're running Now you're mine Das ist Niklas, Gründungsmitglied der Band, unser Schlagzeuger Und den Rest habe ich vergessen So, hier haben wir Niklas, das ist unser Schlagzeuger Auch ein Schwabe, wie man hören kann Gründungsmitglied der Band und unser Polz, Polz, Polz bei den Gigs Mittlerweile ist es ja auch schon fünf Jahre her, seitdem wir uns so formiert haben Und macht viel Spaß, ich denke wir werden auch bald was haben und haben... Scheiße! Was ist das alles toll? So, das ist Niklas, Schlagzeuger der Band, Gründungsmitglied, also Initiator der ganzen Geschichte Und hier könnt ihr mal live erleben Das ist Niklas, sagst du mal live! Bis zum nächsten Mal. So, da haben wir den Andi. Eigentlich Ruhepolderband, aber zupft sein Bass bis in die Finger bluten. Zeig mal. Das sieht dann so aus. Bis zum nächsten Mal. So, da haben wir den Revin. Das ist unser Guitarrero. Sonny Boy der Band. Kleiner Charmeer, muss man sagen. Bald Papa. Und auch mal hier live zu sehen. So, da haben wir den Film ab. So, da haben wir den Film ab. So, da haben wir den Film ab. Zu guter Letzt haben wir hier noch den Markus. Unseren 20 Fingers und Management Mädchen für alles von der Band. Ohne den wäre man gar nichts. Würde gar nichts laufen. Und hier sehen wir in meinen Action bei Bunny and the Playboys. Und das ist mal die Tanya, die für euch die Bühne ruft. Letzt werden wir in den Film ab. 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 Ja, 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 ja.